So, in diesem Video erfährst du, wie du dir alte weißen Männer vom Leib halten kannst. Hi, gehen dir diese alten weißen Männer auch manchmal auf die Nerven? Mit ihren sexistischen Bemerkungen getarnt als Kompliment? Es gibt wirklich eine ganz einfache Methode, wie du ihnen charmant eine solche Abfuhr erteilst, dass sie dich anschließend in Ruhe lassen, aber irgendwie auch gleichzeitig noch cool finden. Stell dir vor, du kellnachst in einen Café, bringst einem Mann seinen Kaffee und er bringt dir entgegen, boah, von ihm würde ich mir am liebsten noch ganz andere Sachen bringen lassen. Antwortet dann zum Beispiel, sie müssen die Dinge einfach nur bestellen und ich schaue dann, was ich für sie tun kann, okay? Für ihre Pantoffeln sind aber ihre Enkel zuständig. Die hohe Kunst der Abwehr ist eine Umarmung, die wirklich deutliche Grenzen zieht. Ich wünsche dir gutes Gelingen dabei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020